Gut Spitzkopf! Deine Zeit läuft ab! Du nimmst mich Spitzkopf! Just give me a shit now! Hallo! Um... I go ADC or... Thor! Thor? Thor! Thor! Schaut! 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 Ich habe hier einen falschen Raum drin! Ich wollte das auf Mirzeit Blitze an anderen Seiten haben, oder? Jaja, das hab ich vergessen! Schaut, Digga! Schaut! 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 Niklas, wie wirst du eigentlich auf das K-Nickel genannt, also Nickel? Eigentlich noch nie. Das hat ein View-Lehrer damals gemacht, Nickel. Die ganze Zeit über. Komm, willst du ihn jetzt mal anreden, wie schlecht er ist? Nee. Jetzt kannst du es machen, da verstehst du sowieso kein Wort. Ich fühle mich bei sowas immer schlecht. Die Verbindung von ihm ist immer super. Er hat sein Internet wieder ausgepackt. Aber du weißt, ich will nicht aufnehmen, ne? Ich weiß, dass du aufnimmst. Heißt, dass du aufnimmst, dass man die Gegner nicht beleidigen darf? Ah, die Gegner? Wir haben viele Gegner in dieser Runde. So, wer will haben von uns? Ich hab den okay Wave Player. Ja. Wie ist das? Nein! Oh mein Gott, ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Oh mein Gott. Fuck mein Internet, mate. Ist das dein Name? Ja. Okay. Oh mein Gott. Du bist auf den OK-Ref hier. Oh, wir haben jetzt. Oh, wir haben jetzt mal wieder. Na, mal. Na, mal, ganz. Na, nein, nein, nein. Oh, ganz. Oh, ganz. Oh, ganz, dann kam es zu der Dumpel. Hey, die Warte, das soll die machen. Ja, keine Ahnung, es ist nicht dumm sein. Wie, zu nur was. Ja, kann auch schnell gekauften. als erdacht in dieser Welt in sein mehr als ein Minion treffen können ja er hat drei Minions getroffen aber auch das sind investiert okay ich hab alle Minions also nicht dass sie aussehen Fakten sich und ich hatte noch abholen getroffen er sieht dass sie aussehen auch noch gar nicht viel die jahre hier die jahre nie gut die erfreit wird es noch einmal warum brauche ich nicht weil ich immer mit jedem Gott meiner Tat sparen ist eigentlich alles wirklich mage in season 3? also fester mage? ja, also sie machen er redet in mir, hallo! ja! gibts dann auch bald nen neuen tank? keine ahnung ich hab mir nur die patchnode durchgelesen und da stand drinnen, dass Hades in die mage-klasse kommt boah, seit hier! wofür haben wir überhaupt mich? ich geh'n back, ne? doch, ich bin nicht mehr back doch, ich will back du bist da du bist im Grund basil я rhust ich bin nicht Infund wy? ja, wir sind so wofür, die zufällig ist wofür 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 richtig dumm gemacht ich habe einen hier gemacht anstatt meine Oils zu machen weil ich berücksichtige Quartel hier so wenig krass Naja der ist erstmal happy dass seine Aufnahme ist wie er heute einmal im Leben ich hab sogar was geiles für uns alle ich nehme die Minecraft 1 diese neue Version aus wenn diese zwei beide anbieten kann dann wird das aufgenommen Prozent jetzt sind die letzte Blöcke aber keine 100 Folgen meistens kein Grund manche Bekommen und ich geh zum Banken hey dem Handel haltet das solche Kipri die Welt Ich kann jetzt noch etwas dauern. Da fängt er zu blinken. Da fängt er an zu blinken. Oh ja. Capri ist zu dir in den Jungle gegangen. Er ist nicht mehr. Oh ja. Er hat kein Enemy gespottet. Oh oh. Vorsicht. Sorry. Nein, sobald man eine Person im Jungle ist, steht das ganze Ding. Na ja, so bläm ist, du warst ja da jetzt ungefähr eine Minute. Nein. Doch. Killed die Capri. Oh no. Blöde Missgeburt. Eh, netter Gegner. Son of a bitch. Ach man. Ähm. Weißt du, jetzt klauen die uns unseren Damage buff. Na? Der hat geholtert. Das hab ich gesehen. Das war ja auch nicht übersehen, ne? Keine Ahnung. Hast nicht mehr Augen. Ja, besser als du. Ne. Guck meine Augen an. Oh. 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 Ich geh kurz back. Willst du mich verarschen? Ja. On my way. Weißt du, was mir grad auffällt, Fire? Hä? Beide fliegen. Was fliegen? Wir beide fliegen. Ne, ich schwebe. Was? Er ist halt selber. Ja, wieso siehst du meine Beine nicht? Ich seh da ein Staubwedel da vielleicht. Der kann erstmal weggehen. Hehehe. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Ich geh jung. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, breathe. Ich hab ans sehr gut getötet, wenn ich da bin. Weil du kommst mir zu und es ist der in der ja kommt. Äh, ich hab mal Panik. Du musst aufpassen, was du machst jetzt, ne? Ja. Äh. Waaah. Die Füße. Füße. Oh. Nein. Ho. Ho, ich hasse Kypry. Ho, der hat den Apolo gerettet. es ist verloren eigentlich verlieren nicht feiern mein Gott ein Jahr wir sind ein toller Klamotten man ich hasse Kipri der Rettet immer die Verbündeten dann spielen doch selber ein Rettet und du mal Leute zu retten ich habe mich schon gerettet ja die ich auch versorgen da gibt es mich selbst auch schon mal gerettet ich bin zweimal das ist ja richtig schön ich bin zweimal das ist ja richtig schön ich bin wenn wir nicht bei dir mein Gott ein paar Proben auch vor dem Jahr voll lustig Meine Ulster ist ready. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Nice. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Kannst du mit Mahnabach machen? Ich bekomme ihn sowieso nicht. Und? Dann kannst du nicht meckern, da ich wieder ewig nicht da war. Ja, in der Weg auch, dass der Hauer nicht stirbt, ne? Ach, der schafft das schon. Beziehungsweise nicht sterben, sondern kaputt gehen. Ach, der schafft das schon. Ja, ich schaff's auch. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, ich bin ein bisschen zu schaff's. Ich kann nicht mehr auf den Hauer-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus-Haus. Okay. Ops. Kommt ein bisschen dunkel gerade. Oh, jetzt ist es Out of Manor. Du könntest wen zum Netz sein zu mir da und nimmst das hier schon gucken. Hm? Kann ich nicht sagen? In Englisch? Nein. Guck Feige, wir haben voll gut gepusht. Ja, jetzt. Jaaaa. Da, ich gib ihn. In Englisch den Great. Oh, da macht er auch damage. I will gunk. Oh, da macht er auch damage. I will gunk. Ich bin ja nicht mal Tank. Oh mein Gott, Leute. Boah, da ist ein Black. Black, 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 Black. Ich hab mich schon gewundert, warum die alle vorne rechts laufen. Ich hab gar keinen Mana mehr. Oh mein Gott, er hat so viel rekt. Oh. 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 Oh, da. Oh. Ich hab mich verbrissen. Ich soll es euch meinen Tahuti, Dick und Dana. Feuer. Mein Podi. Kann ich s-s-s-say something? Ja, sag doch, was du willst. Oh-oh. Du weißt schon, was du willst. Ja, und du weißt schon, wer ich auch auf meiner bin. Wieder einmal. Schaden sei höher. Oh, das macht extrem damage. No one touches her's booty. No. Oh. I'll attack. Hier ist ein Spiel. Wabam! What the fuck? Boom, bitch. Get out of the way. Oh, danke. Warte, warte, jetzt hab ich... Oh. So hab ich das immer zu spät, 3D. Oh, mein Gott. Das kann ich dir nicht sagen. Get back, get back, get back. Da, was du gehst? Da, was du gehst? Rishik, Apollo alter mich. Apollo alter mich. Apollo alter mich, Apollo alter mich. Lass du irgendwo, äh, ping gehen von Madagascar? Okay, Pri hat geholt, uh- Hallo? Ja? Ja? Ja, ja, sehr gut, sehr... Nein. Noch einmal verstehe mich. Immerhin höre ich den Hintergrund. Feuer, Feuer, Feuer. I can't remember the melody. Adolf Mena. Das ist der Spruch den ich die Runde schon am meisten gepumpt habe, oder? Ja. Adolf Mena. Ich bin Dragon Mystery, Adolf Mena. Dragon Mystery, spamm immer meine Attachen. Adolf Mena. und dringend mit dem um mann von ich hab's ja versucht auf überleihend nein 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 auch wieso kann man keine Fähigkeit machen wieso lebst du eigentlich noch weil ich gut bin und die nicht die nicht oh 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 i will kill her in one shot get out the way nice oh fokus 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 f**k ich hab's ja ich hab's ja weißt du dieba skin ist der effekt der skin für dich für mich für mich mhm kannst du mal wieder mit der nächste Talapen ich hab's ja wenig mana wow doch wieso hab ich denn die ganze Zeit keinen mana es ist kack egal ob ich mana buff hab oder nicht den mana hab ich eh nie ah und du Dara wieso hab ich das jetzt gebeatzt egal ich mach damage buff oh dara wieso ich hab's ja ng und du ist nicht schön okay geht ich hab's ja was mir leid oh Kipri 9 als sie brauchen die Ewigkeit und hoffen wir uns zu kommen die haben ja auch im Gegensatz zu uns ein Tank ein Tor die Wiesbüttel Oh, so sie kiemen. Sie haben ein bisschen Egal. Oh, ich habe einen Pudel. die neue Rechte, Samiradi ist so großartig und ich bin so großartig wir sind so großartig, wir haben so großartig, wir haben so großartig, wir haben so großartig das ist mein Kolonomi, konnte erstmal fahren Samiradi Guck wie ich den geplatzen habe, oh der ist so großartig ich habe keine B-Trade, ich habe gar nichts, ich fühl nicht mal kämpfen Apollo kotzt mich schon so ein bisschen an ja jetzt machen wir da, ein bisschen Dive-Steel öh komm ganz billig ja Beats, ja Beats, ich muss raus, ich muss raus 28kp ich kann mal, ich kann mal nein, 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 nein verbiss dich, verbiss dich ekelhaftes Kiefer viel äh 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 danke du bist weggegangen rico 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 hier das heißt es aber auch heiße wochen es macht das spieler es ist nicht oder bleibt das so angeblich nichts gewesen ich komme feiern mann apollo ist eine richtige wasser polis nicht die glücklich wir dürfen immer ein kleines machen wenn ich sage ihr sollt nichts machen dass da so ist doch da hallo ist doof er hat achillis der herzellte eines jahren jeder hat uns wohl wäre dann lohnt dort sind nichts er hat achillis hier und bei der ex auf ihn zu kämpfen warte auf uns nein ich will gegen ihn kämpfen das ist doch auch mit ihm gekämpft naja ich würde mir zuerst helfen dachte ich mach das nicht zu warte warte ich hab ne idee gibt's doch ein schönes active gegen die ist die hat Apollo für Leistung mhm ja da sollte ich mir lieber das schwächende Fluchteil holen und dann noch schön drunter kann er nicht auch kein Lifestyle an mir betreiben die Scylla ist tot falls du hast dich die ist level 12 wieso bist du level 17 die Scylla ist tot verpiss dich die Scylla ist tot die Scylla ist tot die Scylla ist tot die Scylla ist tot D die Scylla ist tot ja fette sack hallo aber mann macht ganz schön den phoenix und greift an den titan an ich hol mir teleport ich vertraue euch dass sie gleich zum titan geht ich teleportiere mich zu euch angriff angriff wird gleich beim titan sein vielleicht schaffen wir das ja die schweb das überwalt ok ich war alleine da ja guck dir meine hp an nicht schön jetzt habe ich jetzt ist es verloren nein nein du kannst auch überleben die machen so einen titan tot ist wenn ich sie lange genug ablenker da hast du recht dann lauf keine zickzacken laufen woanders hin obwohl das ist nicht nur noch ulten ich habe vielleicht ist er dumm ja er ist nein er fliegt er fliegt er ist noch ulten ja fuck so knapp so knapp wo war das knapp das war knapp das war knapp hätten wir die noch getötet ich fand den apollo nervig der apollo ist echt stark gewesen tschau bis zum nächsten mal m